Stadt TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Und am Tag als sie starben, verlor Krabat seine Stimme. Auf seiner Flucht durchs Blender sprach Krabat kein Wort und er wusste nicht, wohin die Reise führen würde. Er schloss sich immer wieder anderen an, die auf der Flucht waren. Krabat, komm nach Schwarzkolm, in die Mühle. Es wird nicht zu deinem Schaden sein. Gehorche, gehorche der Stimme des Meisters, gehorche hier. Ich bin hier der Meister. Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Ich brauche einen. Du magst doch... Krabat erzählt die geheimnisvolle Geschichte eines Waisenjungen auf der Flucht aus Kroatien, der sich nach Sachsen verirrt hat. Was hast du gemacht? Wie geht das? Der Meister darf es nicht merken. Ich will das auch. Lischko auch nicht. Die Sprache des Landes konnte er nicht richtig sprechen. Krabat legte sich erschöpft auf einen Strohsack. Rücken, Arme und Beine schmerzten ihm, dass es kaum zu ertragen ist. Wer war der Mann auf dem Kutschbock? Er kommt jede vollen... jede Neumondnacht. Du weißt, wer er ist? Nein, nur der Meister weiß es. Er bettelte von Haus zu Haus und in seiner Not fing er als Lehrling bei einem Müller an, der ihm nicht ganz geheuer schien. Merbo perrosh andribo, mirosh miloshtonlo merbo, kutzo ushto tentarslabo, perloslachaltar malerbo. Jeden Freitag versammelten sich die Müllknappen nach dem Abendbrot in der schwarzen Kammer. Der Meister las ihnen dann einen bestimmten Abschnitt aus dem Korraktor vor. Bald merkt er, hier wird nicht nur Korn gemahlen, sondern auch schwarze Magie geleert. 20... 30 und basta. Das ist ein Prachtstück. Ein einäugiger Adler verfolgt uns und jagt uns über einen toten Acker. Ein Traumzonder. Nur ein Traum. Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt. Es ist die Geschichte fast aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Ich bin eure Sonne und ihr strahlt nur, solange ihr die Monde seid, die sich um mich drehen, wie Motten um eine Kerze, um etwas von meinem Licht abzubekommen. Motten seid ihr. Nichts als Elendige. Jörn Hinkel inszeniert Krabat nicht nur mit Profischauspielern, sondern auch mit mehr als 100 jungen Laien-Schauspielern. Jetzt seid ihr alle frei. Ein wahrlich sehenswertes Stück für Jung und Alt, hier in der Stiftsruine der Bad Hersfelder Festspiele. Los, holt eure Sachen und auf nach Schwarzkolp. Um Mitternacht geht die Mühle in Flammen auf. Bis dahin muss alles geräumt sein. Können wir denn gar nicht mehr zaubern? Nein, damit ist es vorbei. Als sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020